Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen bei uns im GOB-WM-Studio. Im Gegensatz zu anderen Studios geht es bei uns nicht um Mannschaftsaufstellungen, Trainertaktik, Goal und Zwischenresultate. Bei uns geht es einfach darum, wie man sich für die spannenden Nächte, die auf uns warten, am besten und am günstigsten mit erfrischenden Trinks und stärkenden Snacks eindecken kann. Bei GOB ist jetzt nämlich die grosse Snack-It-Kampagne angesagt. Führende Produkte von den offiziellen WM-Sponsoren offerieren wir Ihnen im World Cup-gerechten Multipacks zum besonders attraktiven Aktionspreis. Neben Snickers, M&M's, Mars und Coca-Cola sind in der Snack-It-Aktion aber auch Zweifelchips, Arnie Partyflüte und BTS-Nüsse vertreten. Sie sehen, es gibt also einiges zu knabbern, während die anderen shooten. Die Super-Angebote sind aber noch nicht alles. Du weisst darüber ein bisschen mehr, gell, Stryker? Yes, klar. Es gibt noch einen Wettbewerb mit attraktiven und sportlichen Prises so gewinnen. Neben den Einkaufsgutscheinen, T-Shirts, Uhren und Krawatten, also eine Sporttasche und Fussball. Schliesslich müssen wir während der WM zwar fleissig snacken, sondern gelegentlich auch selber ein bisschen Sport treiben. Teilnahme-Ski gibt es in jedem Laden, also mitmachen. Übrigens, in gut zweieinhalb Stunden ist es soweit. Rumänien, Schweiz, direkt aus Detroit, nicht verpassen. Oh, oh, yeah. Nicht nur, wenn Fussball-WM ist, auch bei anderen Gelegenheiten ist man froh, wenn man nicht lange kochen muss und trotzdem gut, gesund und abwechslungsreich essen kann. Darum gibt es jetzt exklusiv bei Coop Tour du Marché, die neuen Gerichte, die speziell für Geniesser komponiert worden sind. Tour du Marché ist eine Fertigprodukte-Linie aus natürlichen und frischen Rohwaren, die Nährwert und Aromaschonend unter Vakuum zubereitet und pasteurisiert werden. Die Zubereitung zu Hause ist dann denkbar einfach. Das braucht nicht mehr als ein paar Minuten. Und Sie selber entscheiden, ob Sie dazu das Wasserbad, die Pfanne oder das Mikrowellengerät bevorzugen. Eine weitere Neuheit, die in der Küche nur den besten Eindruck hinterlässt, heisst Crème Fraîche. Der natürlich greifte, schonend pasteurisierte und absolut kochfeste Sauerrahm. Crème Fraîche verfindet Soßen und Desserts, rundet Fleisch- und Fischgerichte harmonisch ab und gibt Aufläufe, Gemüse, Teigwaren oder Geschwellten eine besondere Note. Crème Fraîche, die bekömmliche Spezialität für die moderne Küche, kommen Sie jetzt nach der Tür oder mit Kräutern in unserer Molkereeabteilung über. Wenn jemand plötzlich mit besonders langen und glatten Wimpern daherkommt, ist meistens ein exklusives Bürstchen mit im Spiel. Présirissil von Gemay, mein neues Präzisionsmascara, trennt Wimpern um Wimpern. Ein exklusives Bürstchen mit Chemwirkung. Présirissil de Gemay, noch nie waren meine Wimpern so glatt und lang. Das ist der glittende Balsam. Présirissil de Gemay, Présirissil, das neue Präzisionsmascara von Gemay. Diese Woche offerieren wir Ihnen in unseren Läden unter anderem frische Schweizer Boulet zum Aktionspreis. Das und die Fussball-WM haben unsere Köche zu einem typisch amerikanischen Rezept inspiriert. Das Boulet aus dem Ofen ist raffiniert, aber günstig und passt darum bestens unsere Rezepte rein. Ein frisches Boulet habe ich in zehn Teilen zerlegt, wie Sie es hier sehen. Zwei Aslöffel Mehl, je einen Teelöffel Paprika, Curry und Knoblikpulver und einen halben bis einen Teelöffel Chili-Pulver in einen starken Papier- oder Plastiksack füllen und gut schütteln. Dann die Bouletteile auch in den Sack geben, oben zu haben und so lange schütteln, bis alle Teile gut mit der Mehlgewürzmischung bedeckt sind. Jetzt den Brattopf mit Öl ausstreichen und die gewürzten Bouletteile reinlegen. Anschliessend ohne Deckel im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad braten. Nach 40 bis 50 Minuten ist es soweit und Sie können das Boulet aus dem Ofen nach amerikanischer Art zusammen mit Baked Potatoes und einem Salat auf den Tisch bringen. Es würde mich freuen, wenn Sie auch dieses Rezept wieder ausprobieren würden. Sie finden es in vielen Zeitungen auf der Seite mit dem Co-Baktionsinserat. Wenn Sie das Inserat übrigens verpassen sollten, die folgenden Angebote wären dort auch aufgeführt gewesen. Zum Beispiel französische Chardon de Melone für nur 2,40. Der 10er Haras Coca-Cola in der 1,5 Liter PET-Flasche für nur 14,50. Oder 6 Dosen Midi-Sweetcorn für nur 5 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen verschiedene Citran-Pfannen schon ab 14,90. Und der Co-B-Preisabschlag sind Co-B Corn Flakes, die von jetzt an nur noch 2,10 kostet. Im Co-B-Restaurant hat man sich übrigens nicht nach Amerika ausgerichtet. Dort gibt es nämlich Schweinefleisch Shanghai mit Glasnudeln für nur 9,80. Das war das letzte Co-B-Studio vor den Sommerferien. Die wichtigsten Einkaufstipps und Hinweise auf besonders attraktive Aktionen sehen Sie selbstverständlich weiterhin jeden Mittwoch vor der Tagesschau. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend. Ich rige rational vibriert euch zuauen. Ich weiß nicht, scheinbar nicht zu sehen. Dashingra Klein-Aktion плохо wird gleich weiter stoßen. Dashingra Klein-Aktion kann heute auch schon able�ert euch nicht zu setzen werden, purl,jaini will es Ihr Ihnen kommen. Bis zum nächsten Mal. Punkt geshe Viz�를 über das nächste messedビieter. Bis zum nächsten Mal. Neufz多fala-Tierишь gibt ja das weiß es alle surge, wenn wir das im mega�asses gehen-mäßig bugge,